Danni... Danni... Ich will, dass du nach oben kommst. Ich will dir was zeigen. Na los, raus ist die Küche. Genau, geh der Flur entlang. Geh die Treppen hoch. Brauchst nicht zu zögern, dir wird nichts passieren. Ja, durch das Schlafzimmer. Wichtig, sehr gut machst du das. Und jetzt öffne die Tür zum Badezimmer. Oh... Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Little Nightmares. Dieser Koch geht mir langsam ziemlich auf die Nerven. Die auch. Ich hoffe, heute werden wir ihn irgendwie übersiegen. Der Typ will mich einfach nur essen, okay? Der Typ mit seiner Ehefrau hat nicht genug zu essen. Obwohl, so wie die aussehen, haben sie doch genug zu essen. Aber okay, wie auch mal. Lass uns weiterspielen und versuchen zu überleben, okay? Ah, hier sind wir 3.000 Lächste in einer Stunde. Und ich lass uns dazu stellen, wie möglich, in der nächsten Folge davon hoch. Also, let's go! Okay, wo bin ich? Moment mal. Äh, hier war ich schon, oder? Ich glaube, hier war ich schon, Leute. Okay. Einer hat mir in die Kommentare geschrieben, dass man speichern kann, indem man das Feuerzeug verwendet, um diese Laternen zu machen. Deswegen werde ich mir merken, okay? Aber erstmal geht's hier hoch, das haben wir ja schon gemacht. Oh nein! Wir sind doch ganz genau hier stehen geblieben, Leute. Das ist die Kirche der zwei wunderschönen Menschen, okay? Lass uns hier hochgehen. Ich hoffe, die sehen... Geh hoch! Meine Güte. Warte mal, warte mal. Kann ich... Geh in Ruhe. Geh langsam, geh langsam, Bro. Oder was auch immer darüber ist, ich hab keine Ahnung. Und du bist ein Mädchen, oder? Ja, du bist ein Mädchen. Okay, also die Frau dreht sich um, was sehr schön ist. Dann lass mich mal hier lang gehen. Sieht ihr mich? Sieht sie mich? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh shit. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie mich nicht sehen. Oh shit. Lauf, 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 lauf. Wie lauf ich nochmal? Oh, so lauf ich. Oh mein Gott. So weit war ich noch nie. Ein Depp dafür. So weit war ich noch nie, Leute. Uh, das hat gut geklappt. Ohne Scheiß jetzt. Ein ziemlich guter Anfang. Und die kommen hier selten her, oder? Ich glaube ja. Soll ich einfach da lang? Oder hab ich irgendwie die Schlüssel vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Lauf einfach hier lang. Lauf. Oh, mach mal. Ich hab hier irgendwas, wovon ich wissen sollte. Oh shit. Warte mal. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll, Leute. Sogar keine Ahnung in meinem Leben. Kann ich hier hochklettern? Anscheinend schon. Nein, warte mal. Wozu ist der Griff da? Da ist ein Tisch unter mir, ne? Ah. Oh shit. Langsam. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ah, 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 ah. Oh. Oh mein Gott. Er schaut sogar unter dem Tisch. Er schaut sogar unter dem Tisch. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ey, ich hatte so Angst gerade in meinem Leben. Könnt er hier hoch? Nice, Bro Nein, 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 hör auf, das Teile zu drücken, okay Okay, ich verstehe auf jeden Fall, was hier vor sich geht Ich komme hier nicht hoch Das ist nicht der verdammte Ernst, oder? Du kommst hier nicht hoch Ist jetzt aber ein Witz, oder? Ein sehr schlechter Witz Oh, shit, ich weiß schon, was ich tun werde Warte mal, warte mal, diese Teile da oben bewegen sich jetzt, ne? Ich glaube, das bedeutet, ich muss mich irgendwie dann festhalten oder so Ja, ich glaube, ja, Leute, festhalten, 100% Oh, nein, hier schaut er runter, oder? Er schaut hier runter, da, wo ich jetzt bin Schnell weg, schnell weg, schnell weg Hier schaut er normalerweise nicht runter, glaube ich Oh, er will mich bekommen Ich bin auf den Glasscherben gelaufen, deswegen hat er mich gehört Also, Leute, wir müssen wieder zurück und uns dann festhalten, okay? Ganz oben irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo Aber jetzt nochmal genau dasselbe wie davor Und dann haben wir den Mist Ich stelle hier lang Oh, shit, Bro Oh, shit, Bro Oh, shit, Bro Oh, mein Gott, der Typ, wenn er mich sieht, ne? Der wird mich sowas von töten Okay, wir haben die Mitte geschafft Okay Kleine Frühstückspause, okay? Geh doch, ich was essen Ich warte hier auf Hör auf, dich zu kratzen, Mann Geh doch endlich nach rechts, Bro Du sollst nach rechts gehen Ja, das ist richtig Und wo ist deine verdammte Ehefrau? Wo ist deine motherfucking Ehefrau? Da hinten, die wäscht die Teller Okay Okay Oh, shit, was macht sie da? Oh, ich bin hier Oh, shit, ich komme hier lang Oh, das ist sehr gut, Leute Das ist sehr gut Ich glaube, Leute, wir müssen an den Eingang Zum Eingang gehen Und dann irgendwie da hochklettern oder so Und dann uns mitziehen lassen Von diesen Teilen Weil ich glaube, sie gehen über die komplette Küche Oder irgendwie so Irgendwo muss ich hochklettern Ich weiß aber nicht genau, wo Es tut mir leid, okay? Oh, ich komme hier hoch Oh, shit, okay Erster Besuch, baby, let's go Ich seh's, ich seh's, ich seh's Okay, lauf, springen Okay, alles gut Halt dich fest, halt dich fest Oh, yeah, baby Okay, oh, shit Okay, ganz langsam, ganz langsam Nicht bewegen, alles wird gut Die werden dich nicht sehen Sie werden dich nicht sehen Holy shit, bei der WM, die viele Wo lang gehst du? Wo lang gehst du? Das ist ein Witz Es ist ein Witz Es ist ein Witz Es ist ein Witz Oh, shit Was hast du vor? Woher gehst du? Das ist nicht gut Oh, Gott, was hat er vor? Oh, Gott, was hast du vor? Was habt ihr vor? Oh, Gott Oh, mein Gott Lass mich hin, Fred Oh, mein Gott, was hat er vor? Wo ist der andere? Oh, er ist hier Also muss ich loslassen, ne? Ja, lass los, Bro Oh, lauf, lauf Oh, ha, ha Run 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 What? Oh, ho, ho, ho Ajo, jo Oh Oh No Kein Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, okay? Ich bin so am Ende gerade in meinem Leben, oh shit, vorsichtig, vorsichtig, okay, ich, 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 ich habe gerade keine Luft bekommen, jetzt ohne Scheiß, ne? Ich habe gerade so ohne Scheiß keine Luft bekommen, das war so creepy einfach nur, oh mein Gott, oh, ich habe ganze Haut, okay, was ist jetzt los? Was ist hier los, wo lang laufen wir, wohl, oh shit, fall nicht runter, hier zu sterben wäre das nicht dumm, soll ich laufen, soll ich gehen, soll ich laufen, ich habe keine Ahnung, was hier vorsichtig geht, ich bin überfordert von der letzten Situation, oh, da ist eine Leiter, warte mal, wo zum Teufel führt die hin, oh shit, wir sind ja schon bei der fünften oder so Folge, ne? Könnte sein, dass das Spiel auch gar nicht mehr so lange geht, by the way, es ist ja nur ein kurzes Spiel, aber ich glaube, ein DLC ist los zu kommen dafür, ziemlich nice, ziemlich nice, und was jetzt? Wo zum Teufel gehen wir rein? Oh shit, oh shit, bro, warte mal, hinten sind mehr davon? Oh mein Gott, spring, runter oder hoch? Ja, runter niemals, ne? What the fuck? Oh shit, bro, was ist denn da los? So viele davon gehen auf, auf das Teil, ah, mit einem Schiff werden die transportiert, die sind quasi auf irgendeine Art, auf irgendeine Art Schiff, aber ich glaube, das ist so geheim oder so Oh shit, ist das eh Okay, ganz kurz, lasst uns das Ganze erstmal verarbeiten, wo zum Teufel sind wir, okay? Das würde euch mal interessieren gerade in meinem Leben Schaut euch das mal an, wie riesig das ist Ist ja kein Witz mehr, Leute, kein Witz mehr Kleid da schneller, bro, kleid da schneller, bro Zeig, was für Muskeln du hast Hier schauen Mädels zu Okay, ich weiß, viele Jungs auch, aber viele Mädels Okay, zeig, wie du, zeig, wie stark du bist Okay, kleiner Spaß Wo lang geht's überhaupt? Ich meine, wir sind jetzt draußen Haben Sachen gesehen, die ich niemals im Leben sehen wollte Oh shit, warte, wer ist das? Sind das? Oh shit, das sind so mehr davon, von diesen Küchen Alter, was ist das für komische Wesen? Ich glaube, wir sind die Diener oder so Oder soll es irgendwie so eine Art Hotelboot sein? Wo die Leute schlafen können Oh shit, stellt euch mal vor Oder ich hab keine Ahnung, was hier genau vor sich geht Es ist halt aber so spannend, Leute Es ist so spannend Dafür hat es sich gelohnt Ja, okay, für den letzten Part jetzt vielleicht nicht Aber sonst hat es sich sehr gelohnt So wie jetzt? Okay, es geht anscheinend weiter, Leute Es hat noch nicht aufgehört, so wie es aussieht Und anscheinend sind mehr jetzt an Bord Bro, ist das spannend, oder? Kann ich das rausziehen? Komm schon, yeah, Baby Warte, du hast lange keinen Hunger, Männer Wieso habe ich das Gefühl, dass du bald wieder was essen musst, Bro? Ich weiß es nicht Versuch einfach, den Hunger zu ignorieren, okay? Oh shit, was ist jetzt los? Ich glaube, die sind gerade auf dem Weg hierher, Leute Pass auf, dass du deine Balance nicht verlierst Das wäre jetzt nicht allzu prickelnd Oh shit, was ist denn da los? Oh, Bro, die sind so monströs Kann ich hier einfach lang? Die sehen mich nicht mal, ne? Oh, what? Wer ist das da oben links? Seht ihr diese Frau da oben links? Hatte ich nicht Träume von der oder so? Oh shit Ist das spannend Oh mein Gott Alle gehen hier lang, Leute Alle gehen hier lang Und die sind so fett, dass sie so unbeweglich sind Oh, Bro Alter, schau dich mal an Ich habe echt Angst gerade in meinem Leben Okay Sieht ein bisschen asiatisch hier aus Also ich meine das Ernste mit den Türen und so Okay, vorsichtig Da ist jemand, oder? Ah, die essen hinter mir, oder? Oh mein Gott Wo bin ich hier zum Teufel gelandet? Leute, ich kann gar nicht sagen, ob das ein Ende ist oder nicht gerade in meinem Leben Soll ich hier einfach lang? Die essen so viel, das erklärt aber auch hier Gewicht Sind aber auch auf keinen Fall Menschen Oh shit, Bro Schau dir das mal an Ist das gestört? Wo bin ich hier nur gelandet? Oh 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 What Oh Der kann, der kann einfach nur sehen, oder nicht? Wo lang? Wo lang? Oh, er versucht immer noch hochzukommen Er versucht immer noch hochzukommen Alter Was für ein Ist das dein Ernst? Ey, so viel Du hast so viel auf dem Tisch Wieso mich? Wieso ich? Jetzt mal ohne Scheiß Hä, warte mal, was soll ich jetzt tun? Soll ich hier hochgehen, Leute? Ich will nicht Ich will da nicht hoch Ich will und kann da nicht hoch, Leute Ich will und kann da nicht hoch Auf keinen Fall Hier bleibt keine andere Wahl Hier bleibt einfach gerade keine andere Wahl, Leute Ich muss hier hoch Oh Oh shit Hi Na, alles klar bei euch? Oh mein Gott Alter, was will die? Was will die? Ist das dein verfluchter Ernst? Alter Alter Geh mal kacken Geh mal kacken jetzt ohne Witz Geh mal kacken jetzt ohne Witz Ich kann nicht mehr Ich bin der Trass überfordert in meinem Leben, Leute Ich bin der Trass überfordert Das ist so eklig Einfach nur Tod ist eklig Die sind hierher gekommen Um nur zu fressen Das einzige, was sie tun Ist einfach nur zu fressen Die ganze Zeit Meine Güte Okay, ist hier dein Loch, Leute? Lauf, 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 lauf Lauf hier lang, lauf hier lang Lauf hier lang Ich muss den Ernsthaft? Ist dein scheiß Ernst, oder? Geh rein Oh mein Gott Okay, wir sind durch Wir sind durch Hi, Buddy Na, alles klar bei dir? Hier kann man speichern, by the way Das wurde mir gesagt Hey, wollen wir Freunde sein? Du und ich, Freunde? Oder auch nicht, wie auch immer Ich geh da mal, ne? Was willst du? Oh, ich soll dir helfen? Äh, was zum Teufel? Ah, ich kann nicht einfach nehmen Okay, okay, aber wohin? Ah, ich kann nicht Wer? Oh, cool Was ist, wenn ich hier hochkletter? Soll ich es tun? Ich tue es, Leute Ich kletter hier hoch Ich weiß nicht, wieso Hey Hey, du Pisser Oh, shit Er wollte mich essen Und dann vergisst er mich Und ist einfach weiter What the fuck? Die haben echt Wohl sehr sexy Frauen In ihrer Gegend Können die sich wirklich nicht bewegen? Die können sich nicht bewegen, Leute Die können sich einfach nicht bewegen Oh, shit Oh, shit War das mein Ziel die ganze Zeit? 100%ig Das hätte ich niemals gedacht In meinem Leben Dass wir da durchrennen müssen Es hat so lange Zeit gekostet Um das herauszufinden Weil Ich hätte es einfach niemals gedacht In meinem Leben Okay, Baby Uh, hier ist Essen Lecker, Baby Uh, okay, nice Willst du was essen? Okay, dann nicht Dann lass uns mal dort Wieso habe ich das Gefühl? Es wird noch schlimmer Wieso habe ich das Gefühl? Es wird noch schlimmer Oh, my God Oh, shit Bro Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich resume Dann laufe durch Wir sind gerade in so einem guten Flow, Leute Was? Nein, nein, nein Nein, 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 nein oh mein gott was zur hölle ist ein problem was zur hölle ist er hat mich dieses mal wirklich nein er kommt jedes mal jedes mother fucking mal dein ernst spring über ihn ja baby ja baby ja baby denn der schnelle der schnell das ist nicht ein wenn er mich jetzt bekommt da habe ich keine ahnung mehr wenn er mich jetzt bekommt wenn er mich jetzt bekommt hier durch die oder durch und nein 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 was ist jetzt nicht ihr nicht ihr jetzt weiß ich wofür ihr kleinen wichser gekocht habt zum glück weiß ich erst jetzt versteckt ich ja sie mich nicht oder ein wunder dass die mich nicht gegessen hat ich bin irgendwo ich bin nirgendwo du hast mich nicht du hast nichts gesehen ja dann wieder weg leute ich sehe den ausgang gerade der ist da oben warte mal warte mal muss ich wieder rausgehen um rauszukommen ja ich muss wieder rausgehen ich muss an der stange entlang gehen wie dumm ist das bitte wie dumm ist das bitte jetzt ich muss die tür aufmachen ja mach die tür auf kannst du die wo ist nicht raus sehr gut nur wo dann oh oh shit was einfach dagegen werfen okay ich hab's übrigens herausgefunden indem ich einfach geworfen habe und sie wirft dann automatisch so ein bisschen in diese richtung aber da bin ich überhaupt ich hab hier einen stuhl aber da komme ich nicht raus nein 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 ich sehe ja nichts ich sehe keinen scheiß so gar nichts hoch ich glaube ich das ist relevant oder ich glaube ja wo lang geht es hier lang okay ja okay wir müssen also da zurück verstehe ich dachte da müssen wir sein aber nein da muss wir nicht sein da geht es raus so wie es aussieht oh mein gott oh mein gott die machen jetzt zu essen für diese komischen besucher vielleicht ist ihre familie oder so aber nein das kann gar nicht sein als hätten jetzt so viele familienmitglieder oder würde er weniger sinn machen fahrstuhl willst du dass ich voll willst dass ich den fahrstuhl nehmen bro okay ich werde es für dich tun wenn du es unbedingt willst gerne oh gott ich habe kein gutes gefühl wenn wir oben ankommen ich weiß nicht was passieren wird ich will es aber irgendwie auch gar nicht wissen wo sind wir jetzt wo sind wir jetzt wo lang geht es oh shit ich habe keine ahnung was ich tue gerade in meinem leben wo kann ich hier speichern yeah baby let's go kann ich hier hoch ja ich kann hier hoch sehr gut okay oder auch nicht okay ich muss hier sein da wird gekocht oder so habe ich das gefühl was macht ihr da sumo sumo oh mein gott ohる外-gop ac bois oh mein gott oh mein dood auch mein gott oh Mein gott Oh, die klettern weiter. Nur um mich zu essen. Ich... Ohne Scheiß, Leute. Ihr seid doch so gestört. Oh! Ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Die reden hier auch nicht oder so. Jetzt stellt euch mal vor, die könnten kommunizieren. Oh, was ist jetzt los? Ich hab Hunger. Oh, nein. Oh, nein. Was esse ich dieses Mal? Am Anfang war es nur ein Stück Flasch. Fleisch. Okay, alles gut. Wieso hab ich nicht vorher was gegessen? Man merkt doch immer mehrere Stunden vorher, dass man Hunger bekommt. Wieso jetzt? Ist das dein verdammter Ernst? Da musst du immer irgendwas essen, was du nicht essen solltest. Oh, Gott. Was es auch immer dieses Mal sein sollte. Bitte nix, was sich bewegt und lebt. Nicht wie die Maus. Oh, Gott, Leute. Uns wird so schwindelig. Ja, nimm die Wurst, aber nicht den kleinen Mann, okay? Nein. Nimm die Wurst. Ja, gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Ich weiß nicht, ob das okay war. Ich weiß wirklich nicht, ob das okay war, Leute. Aber lass uns einfach weitermachen. Einfach die komplette Situation gerade vergessen. Du hattest ne Wurst. Oh, shit. Ah, da ist die Frau. Hey, hey, warten Sie. Ich glaub, die Frau ist gut, oder? Hey, warte. Frick. Oh, hier lang geht's. Von hier kam ich nicht, ne? Oh, shit. Was bist du? Ah, das kann ich werfen, ne? Du bist die Frau. Du bist die Frauenstatue oder wie auch immer. Wir haben irgendwas bekommen, Leute. Wirf das dagegen. Perfekt. Ich kann einfach rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, shit, bro. Warte mal. Warte mal. War das das Ende des Kapitels? Ich glaube, ja. Der Gastbereich. Ihr habt dort irgendwas bekommen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. Wisst ihr was, Leute? Ich werd die Folge so oder so vor das Mal stehen lassen. Ich brauch ne Pause, okay? Ich brauch ne fette Pause erstmal. Also für mehr davon lassen dann nach oben da. Falls du es bis hier geschafft hast, schreibe hungrig in die Kommentare und ich richte mich so wieder. Bye. Danke für das so eine Schau des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und weil du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für seine Schau und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.